Ja, was können diese Tests und was nicht? Bei mir im Studio ist der renommierte Virologe von der Wettmed-Uni in Wien, Norbert Novotny. Schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Fangen wir mit diesen Gurgeltests an. Das sind ja sozusagen die neuen Stars unter den Tests. Die sind natürlich einfach. Gurgeln kann fast jeder. Wehtut's auch nicht. Sind die auch gut? Die sind genauso gut oder fast genauso gut wie Nasen- oder Rachenabstriche. Das heißt, man kann eigentlich nur noch die verwenden? Ja, also in Wien ist ja vorgesehen, bei den Teststraßen hinkünftig vor allem diese Gurgeltests anzuwenden. Ist das auch für Erwachsene genauso gut? Genau. Warum macht man das nicht immer schon so? Ja, das ist eine neue Entwicklung. Ja, ehrlich gesagt, ein Nasen- oder Rachenabstrich ist auch nicht so schlimm. Aber Gurgeltests sind angeblich angenehmer und eben speziell für Kinder. Es ist eine Kochsalzlösung, die man eine Minute lang gurgeln muss. Und dann eben in ein Glas spucken. Und dann wird genauso wie beim Nasen- oder Rachenabstrich ein PCR-Test ausgeführt. Das heißt, man erspart in sich nicht. Wenn man positiv gurgelt, erspart man sich nicht den PCR-Test. Nein, man muss eine Minute gurgeln und PCR-Test ist dann nachgeschaltet. Okay. Das heißt, es wäre auch gescheit für Erwachsene. Wäre es auch gescheit, das in allen Schulen zu machen? Das proben wir es ja mal in Wien. Ja, das kommt auf die Kapazitäten an. Und wir wissen, dass gerade die PCR-Kapazitäten, die Labore etwas eingeschränkt sind. Also das muss man sehen. Gut, der Ferrari unter den Corona-Tests ist dieser Antigen-Test. Da kriegt man ein super schnelles Ergebnis. Wo ist der Haken? Also nicht wirklich der Ferrari. Also der Ferrari ist nach wie vor der PCR-Test. Also der goldene Standard ist der PCR-Test. Der Antigen-Test hat aber sehr viele Vorteile. Er geht schnell. Man braucht keine komplizierten Geräte. Er kann an Ort und Stelle gemacht werden. Dauert etwa 15 Minuten bis maximal 30 Minuten. Und die Antigen-Tests sind jetzt inzwischen sehr gut geworden. Und es gibt sie von vielen verschiedenen Anbietern. Die werden jetzt österreichweit mit dem PCR-Test verglichen. Denn sie haben eine etwas niedrigere Sensitivität. Was aber nicht wirklich schlimm ist. Ich würde sagen, die Vorteile überwiegen definitiv. Mit Ferrari meinte ich nicht, dass er der Beste ist. Sondern eben das Schnellste im Ergebnis. Ist beim Autor ja ähnlich. Ist auch nicht wirklich das Beste. Aber relativ schnell. An den Unis werden gerade, haben wir jetzt auch gesehen, massenhaft diese Schnelltests durchgeführt. Die sind, das weiß man, nicht besonders verlässlich. Die sind, gemacht werden es trotzdem. Kann das ein Schuss ins Knie sein, weil man sich da einer Sicherheit wiegt? Nein. Also die Schnelltests sind die Antigen-Tests. Und nein, es ist kein Schuss ins Knie. Die sind jetzt inzwischen gut. Eben nicht so empfindlich wie der PCR-Test. Aber die Vorteile überwiegen bei weitem. Sie wissen die ganze Logistik derzeit mit der Nachverfolgung. Oder es ist ja so, dass ein Covid-19-Patient während der ersten fünf Tage der Krankheit am meisten Virus ausscheidet. Das heißt, man muss einfach rasch sein mit der Diagnose, mit der Isolierung des Patienten. Denn nur dann kann man effektiv eine Infektionskette unterbrechen. Jetzt sind in Österreich die Behörden, es ist kein Geheimnis mehr, auch die Hotline 1450 komplett überfordert mit diesen Tests auch. Dauert alles wahnsinnig lange. Da gab es jetzt die große Idee, die Hausärzte sollen auch testen. Da wird dann Mittwoch ein Gesetz beschlossen. Das soll jedenfalls beschlossen werden. Das finden ganz viele eine super Idee. Aber die Hausärzte plötzlich nicht mehr. Die sagen, das ist total gefährlich, weil wir haben den Platz nicht. Wir können da nicht eine eigene Isolierstation einrichten. Wir kennen die Organisation, das ist nicht besonders groß. Die werden das nicht tun oder die wollen das nicht tun, weil sie sich da nicht sicher genug fühlen. Haben die recht? Für mich klingt das logisch. Ja, es ist so, dass es ja auf freiwilliger Basis sein wird und dass natürlich logistisch das geklärt werden muss. Also es wird gesprochen von vielleicht Zelte vor der Ordination aufstellen oder eigene Räume dafür einrichten, selbstverständlich mit Voranmeldung. Und dann ist das schon etwas Positives. Denn wir müssen mehr testen und schneller testen. Das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg, dass wir diese Pandemie irgendwie im Herbst und Winter in den Griff kriegen. Herr Dr. Norbert, vielen Dank für den Besuch im Studio. Sehr gerne.